Heute noch in jedes, wenn ich überhaupt schwimmen gehe, nur um zu springen. Mit dem Kopf voran. Immer mit dem Kopf voran. Nicht Bombe. Ich hasse. Bombe ist für mich eine entsetzliche Vorstellung. Davor hätte ich Angst. Ja. Aber Kopf voran, auch vom 5-Meter-Brett, macht mir gar nichts. Weil ich da weiß, ich habe meinen Körper im Griff und weiß, wie ich lande und wie ich eintauche. Und so ähnlich springen Sie als Stunt. Ja, Sie sind der Chefproduzent, also der gefürchtete Mann. Sie sind kein Stunt. Ja. Man kann Sie gar nicht anstellen. Es gibt gar keinen, der Sie noch anstellen könnte. Nein, aber ich habe manchmal den Ehrgeiz, wie gesagt, ängstlichen Schauspielern vorzumachen und sagen, guck mal, ich zeige dir das dick, wie ich bin. Und alt, wie ich bin, ich zeige es dir. Und dann werfen Sie sich sozusagen in Pirouette heraus. Ja, in Pirouette vorwärts. Ja. Der Mensch ist an sich zum Fallen ja nicht geeignet. Also ein Falltier ist es sicher nicht. Lauft ihr ja? Ja. Aber heute eigentlich mehr ein Sitztier. Sitztier, ja. Hauptsächlich, die meisten Menschen laufen ja gar kaum. Eben, eben. Wenn sie mehr laufen würden, würden sie auch weniger laufen. Die Finger laufen auf der Tastatur. Ja, ja. Aber das ist nicht das. Wenn Sie mehr laufen würden, würden Sie weniger fallen, würden besser fallen. Aber weniger auch Computern schreiben. Ja. Und weniger erfolgreich sein. Denn ich meine, stellen Sie sich vor, laufen Sie noch mehr durch die Städte und so weiter, was ja im Grunde eingespart gehört. Vom Arbeitszeitmesser her ist das nur politische Tätigkeit. Ja, der Computer ist im seltensten Fall gleichzusetzen mit Erfolg. Ja. Erfolg ist natürlich schon Ihre persönliche Präsenz, die Sie laufend oder stehend bringen. Aber dadurch wird kein Mehrwert geschaffen in der Stadt, also dadurch, dass die rumlaufen. Als Konsument ist es gut, wenn er rumläuft und sucht und so weiter. Aber als Arbeitender muss er doch sozusagen eine Stoffveränderung bewirken. Dazu muss er was halten, was machen. Ja gut, ich meine, gehen Sie jetzt von mir aus oder von der Menschheit generell. Ich bin, lebe natürlich davon, dass ich mich präsentiere. Ich brauche dazu keinen Computer. Und so, wie ich mich präsentiere, ist mein Wert und davon lebe ich. Zum Beispiel machen Sie Filmmusiken, das heißt, Sie müssen Noten schreiben. Und da sitze ich natürlich nicht besser. Nein, da sitze ich auch. Ich meine, es gibt Bilder, wo Pianisten stehen, komponieren am Flügel. Quatsch, man sitzt. Mein Vater sagte immer zu uns, Kinder, du Faultier oder ihr Faultiere. Das ist ja nicht Lauftier. Nein, Faultiere... Lauf mal ein Bier holen, das ist ein anderes Wort. Ja, wobei Faultiere ja völlig unterschätzt werden. Die sind sehr geschwind, wahnsinnig geschickt, ja. Und haben bloß die tolle Methode, die laufen hängend, ja. An den Bäumen hangeln sie entlang. Ja, aber hängen nach unten, hangeln sich so entlang mit, also sie haben Krallen sowohl an den Händen als auch an den gleichmeistig ausgebildeten Füßen. Da sie nie laufen müssen, sondern nur hangeln, sind die Füße genau wie die Hände als Haken ausgebildet. Sodass, wenn man sie ausbilden würde, sie vierhändig Klavier spielen könnten. Ja, aber das mit dem Haken ist das einfach schwierig, ja. Sie haben eigentlich keine richtigen Finger. Sie können die Tasten nicht wechseln. Nee, aber sie können zack im Dunkeln eine Ratte fangen. Karl Marx spricht davon, dass die Gesellschaft ein Wasser ist, ja. Also das Wasser der Geselligkeit, ja, kann man das sagen? In Ozean der Geselligkeiten, in Bachläufen der Geselligkeit arbeiten wir. Ja, also Bachläufe finde ich schöner als Ozeane. Weil Ozeane ist ja schon für uns eine ganz amorphe Masse, ja, und hat den Nachteil, dass er sozusagen uferlos ist. Ist der Mensch mehr ein Nasentier, ein Augentier? Ganz sicher mehr ein Augentier. Ja. Nicht, also mit der Nase machen wir ganz wenig. Ein Handlanger sozusagen, also er langt mit der Hand. Die Hand ist ja ganz wesentlich für die Evolution des Menschen, kann man sagen. Kann man sagen. Ein Teil des Hirns ist Hand. Ein Großteil. Ein Großteil. Ich meine, ich glaube, dass höchstens 10 Prozent von 100, wenn es verteilt ist zwischen Fuß und Hand, für sich um die Füße kümmert, alles andere ist alles Hand. Wie ist es eigentlich gekommen, dass Sie erst Sänger waren, dann waren Sie Filmstar, ja, und jetzt sind Sie Philosoph geworden? Oh Gott, das ergibt sich so. Ich meine, Sänger sind Sie, solange Ihre Stimme trägt, ja. Filmstopspieler können Sie sein, solange Ihr Gesicht was hergibt, das kann es relativ lange.